Das ist unser Ziel, dass wir jetzt gegen Bielefeld vor dem heimischen Publikum wieder ein anderes Gesicht zeigen und da wollen wir wieder so agieren, wie man es von uns kennt. Die Jungs wissen, was sie können. Die Jungs wissen, was sie falsch gemacht haben oder wir Jungs wissen, was sie falsch gemacht haben und es ist jetzt unser Anliegen, das am Wochenende besser zu machen. Sie stehen zu Recht da oben. Sie haben schon sehr viele Punkte geholt und für uns bedeutet das wieder ein sehr schweres Spiel gegen eine sehr starke Mannschaft, aber wir wollen natürlich auch alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen. Wenn wir genauso rangehen wie damals in Bielefeld, dann wird es ganz, ganz schwer uns zu besiegen und gerade zu Hause, wir haben was gut zu machen. Gerade die zweite Halbzeit gegen Buchen war nicht besonders, aber wir haben das aufgearbeitet. Wir haben im Training Vollgas gegeben und wir so spielen, wie wir trainiert haben jetzt diese Woche, dann bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden. So wie wir die erste Halbzeit gespielt haben, wollen wir über 90 Minuten spielen und wenn wir das schaffen, dann sind wir richtig gut.